Gibt es keine Klappe? Gibt es keine Klappe? Katrin Nordahl 25 Jahre alt Studentin Spielzeit, ich 7 oder 8 Jahre alt bin Ich bin durch Schulfreunde zum Bett mit mir gekommen Speziell durch den Pauli Gruber Ich spiele vor allem Einzel- und Doppel Trainer ist der Daniel Kraschmück Ich trainiere Montag bis Freitag täglich in der Halle dazu Krafttrainings-Einheiten Ein Erfolg, Silbermedaille bei der Gehörlosen Europameisterschaft Mein Vorbild ist Carolina Marin Stipsitz, Dominik Stipsitz Oh yeah